Es ist eine große Ehre, muss ich sagen, dass hier zwei Gondeln von mir auf und nieder fahren dürfen. Das freut mich sehr, tolle Aktion. Ich gratuliere an Caretza, das ist wirklich sehr, sehr toll. Ich war letztes Wochenende da mit meinen Kindern Skifahren. Meine große Tochter hat es als erstes entdeckt, die Gondel. Sie ist vor mir unten gewesen. Das ist eine tolle Überraschung und eine große Freude. Ich bin bereit für morgen. Freut mich sehr. Der Schnee ist sehr, sehr gut. Es hat zwar ein bisschen geregnet, aber es sind endlich wieder mal winterliche Verhältnisse in Caretza. Das Landschaftsbild ist sehr, sehr schön und wir werden probieren, unser Bestes zu geben und schauen, dass ein gutes Resultat ausschaut. Das Landschaftsbild ist sehr gut. Ich liebe einfach die Kaleza, diese Piste und ich fühle einfach immer positive Energie da. Ich starte immer eine gute Saison an und dieses Jahr auch ich hoffe, dass ich noch eine gewinne und vielleicht bekomme ich noch einige Unterlagen. Ich liebe keine, dass ich noch eine gute Saison verorar. Untertitelung des ZDF, 2020